Nach dem ersten Auswander-Video habt ihr mich gefragt, wie ich eigentlich aus Deutschland weggezogen bin, was ich dafür tun musste. Und das möchte ich in diesem Video beantworten. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und in diesem Video, was ich jetzt mal am Dienstag einschiebe, will ich euch erzählen, welche bürokratischen Schritte ich unternommen habe, um aus Deutschland auszuwandern. Es ist eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Am Anfang kommen die Kündigungen, also Job kündigen je nach Kündigungsfrist, Wohnungen kündigen je nach Kündigungsfrist. Da habe ich jetzt gehört, dass einige sogar ein oder zwei Jahre Kündigungsfristen haben, was ich voll krass finde. Weil wer weiß denn schon, was in ein oder zwei Jahren ist, ob er dann den Job noch hat, aber vielleicht irgendwo anders hinziehen muss oder irgendwas dazwischen kommt. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt hier schon vier Wohnungen gehabt und hatte bei keiner überhaupt einen Mietvertrag. Ich habe nie irgendwas unterschrieben. Die Kohle ging Cash auf die Hand. Und wenn ich gesagt habe, ich ziehe aus, dann bin ich ausgezogen. Einfach. Easy. Ein und zwei Jahre Kündigungsfrist. Dann habe ich meinen Hausstand verschenkt, verkauft, ausgemistet. Und wenn ihr dann wisst, an welchem Datum ihr auswandern wollt, würde ich so lange warten und dann erst die Krankenversicherung kündigen. Ich habe jetzt hier keine. Es wäre aber möglich, eine internationale Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Hier in Jamaika könnte man sich privat krankenversichern. Das nicht ganz billig, zum Beispiel bei Sachikor. Es ist aber keine Pflicht. Also es gibt keine gesetzliche Krankenversicherung. Was ich mache, wenn ich mal krank bin, ich nutze Naturmedizin, Pflanzen, Kräuter, Wurzeln, Rinden. Es ist hier gegen alles irgendwas gewachsen, Alternativmedizin. Und sollte es mal ernster werden, dann sind die öffentlichen Krankenhäuser kostenlos. Also man zahlt da maximal vielleicht die Übernachtung. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem westlichen Erste-Welt-Standard. Das ist klar. Ja, also man muss dann schon relativ hart im Nehmen sein in so einem öffentlichen Krankenhaus. Aber ich sage mal, wenn es um Leben und Tod geht und die lassen ja dann normal auch keinen sterben, dann nimmt man das in Kauf. Wie es mit der Rente aussieht, also die gesetzliche Rentenversicherung kann man sich ja nicht eher auszahlen lassen. Die ruht dann halt einfach bei mir. Die bleibt mir auf jeden Fall erhalten. Meine Rente wird mir dann irgendwann mal ausgezahlt im Rentenalter. Man kann auch freiwillig weiterhin in die Rentenversicherung einzahlen. Bei einer privaten könnte man sich das vielleicht auch eher auszahlen lassen, dann aber mit Verlust denken. Ich musste gerade mal hier die Kamera umstellen, weil mir die Sonne ins Gesicht schien. Also ihr müsst dafür auch keinen deutschen Wohnsitz behalten. Das ist davon unabhängig. Was aber auf jeden Fall anzuraten wäre, dass ihr ein Konto behaltet in Deutschland. Denn ich glaube, dass die Rentenversicherung das Geld nicht ins Ausland überweist. Und selbst wenn ihr vorhabt, die Staatsbürgerschaft zu wechseln, hat das keinen Einfluss auf die Rente. Ich hatte bis letztes Jahr noch einen Wohnsitz in Deutschland. Eigentlich aus dem Grund, weil ich es vergessen habe, den zu kündigen. Oder weil ich keinen Grund hatte eigentlich, warum ich den kündigen sollte. Dann musste ich aber letztes Jahr meinen Reisepass erneuern. Der war abgelaufen. Und da wollte dann die Botschaft in Kingston eine Abmeldebescheinigung sehen. Und dann musste ich den Wohnsitz kündigen. Ja, und das war es eigentlich, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Personalausweis mehr, der ist abgelaufen. Aber ich brauche auch keinen. Ich habe den Reisepass und den deutschen Führerschein. Das sind so Dokumente, die hier eben auch gelten, die man hier vorlegen kann. Ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt dazu, dann könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns am Freitag im nächsten Video. Macht's gut, euer Ricarda.